So, hallo miteinander. Willkommen zurück, es geht noch viel weiter rein. Okay, da ist das nächste Krieg. Gut, ich treff's nicht. Ich bin in der Stufe aufgestiegen, yay. So, dann machen wir mal Präzision weiter hoch, jetzt mal auf F. Ich muss mich ein bisschen heilen. Ja, ich werde noch mal ein paar Rezepte lernen. Ich habe jetzt auch ganz viel gelernt, jetzt habe ich eigentlich mal ein Level erreicht, wo ich was lernen kann. Hast du endlich gelernt, geil. Ich habe endlich gelernt. Ich habe jetzt Schatzkammer gelernt, dann habe ich alter Sch... Schola habe ich gelernt und den alten Bogen. Und den alten Bogen habe ich gelernt. Ich kann Bierfass lernen, aber ich habe jetzt mal das Stiller-Dreiecksschild gelernt, dass wir bessere Schilder haben dann. Mhm, könnte ich Rendi-Rutsch auch schon machen. Fässer könnte ich auch schon lernen, für wässerte Bandage könnte ich auch schon. Und eine Wandlaterne könnte ich lernen. Hm. So. Oh mein Gott. Hey, ich hoffe, das geht irgendwo und dann einen gescheiten Ausgang, dass wir selber zurücklaufen müssen. Ich wette mit dir, wir müssen es zurücklaufen. Da hinten ist eins. Wo? Ich sehe... Ach da. Ja, das hat uns auch schon entdeckt hier. Zwei sogar. Also das eine müssen wir jetzt schnell killen. Ich muss weg, ich muss weg. Ich muss doch nur noch, gell. Es ist viel zu heiß. Okay, okay, da ist... Da ist das nächste. Da kommt das nächste. Ich bin fast tot. Ich muss tanken jetzt. Ja, ja. Ja. Da kommt der jetzt zu mir. Mach doch mal was. Ich komme nicht hinterher. Ja. Okay, jetzt. Nice. Wo bist du? Ich bin hier. Gottes... Hier wird auch richtig krass, ey. Ja, ja. Ich kann sie ... Ich kann sie ... Ah. Es wird alles gut. Alles wird gut. Wir werden so sterben in der Hülle und niemals um so Sachen kommen. Ja, wir haben doch nicht mal die guten Sachen dabei. Also, na ja. Fuck, wir müssen da hinten runter. Hier hinten ist kein Abgrund. Aber hier ist schon ein Abgrund, aber... Der ist halt richtig abgründig. Wir müssen hier runter, komm. Wo bist du denn? Du musst die mit runterhauen. Ganz ehrlich, wenn es hier am Ende nicht irgendwas Geiles gibt, dann bin ich echt enttäuscht. Ja, Mann, echt so. Hier, das Erlebnis ist das Kämpfen gegen die gefährlichen Monster. Gibt auch keine Belohnung, was? Okay, okay, ich pull hier wieder ein. So ein Boy. Wenn ich Glück habe, erwischt ihr mich hier nicht. Ah, scheiße, das Gute. Wuselange mich nur anrollt, ist mir so geil. Okay, ne, das stimmt jetzt nicht. Ich seh den echt kaum hier. Ich seh den auch kaum. Den Boy. Die Beratung sind dabei, ja. Ah, jetzt liegt er da. Ach, jetzt liegt er da. Der Kadaver. Der Kadaver. Wuselig, alle Toten heißen mir Kadaver. Alle heißen Kadaver. Ah, da war Kadaver. Ich schau hier wieder einen. Ich auch. Es sind Treppen hier. Ja, wo uns ein Teufel führt. Und hier ist Licht. Oh nein. Hier ist ein Ausgang. Geil. Hier ist echt ein Ausgang. Und hier lag das Geile so. Ich hab den Boy. Echt jetzt? Ich glaub schon. Alter. Boah, ich muss weg. Wow, Alter. Ich seh nichts. Dein Bildschirm heller. Das ist Bug-User. 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 Ne, Obis halt immer auf mich drauf geht. Tänk du mal bitte. Du machst ja mehr Schaden wahrscheinlich. Ja, natürlich mach ich mehr Schaden. Oh, gut. Boah. Fickter Wichser. Hä? Bist du jetzt gestorben? Nein, bin ich nicht. Ich steh ja hier. So ein Hauptteil war. Fickter Wichser. Ja, weil er mich noch erwischt hat. Aus 30.000 Kilometern. Kennst du aus Empyreion? Ja, ja, ja. Wir haben uns eigentlich schon geblüht. Was ist jetzt hier noch irgendwo? Toll, hier liegt einfach mal nichts. Hier war einfach mal nichts gewesen. Doch, hier ist noch so einer. Die Reste. Du hast ja was entdeckt. Ich hab die Reste entdeckt. Die Reste? Die Reste von was? Von wem? Ja. Geh mal auf Nahkampf. Du machst... Ich bin wirklich logisch. Das hängt die ganze Zeit. Das, was du machst, nennt sich übrigens Kiten. Aber egal. Du Kack-Noob. Ihr habt keine Ahnung. Ja, ja. Da oben. Da gehst du bestimmt. Warte, hier ist rechts auch ein Weg nach oben. Ja, welchen Weg gehen wir? Wo sind wir überhaupt? Wo sind wir überhaupt? Ach da. Da, okay. Ich bin nicht so weit gekommen irgendwie. Ja, da war ziemlich langer Weg. Lass mal da oben. Siehst du dich so rechts auf der Map? Also rechts oben, ein bisschen weiter nach unten. Siehst du wie so eine Kralle. Da ist so ein schwarzer Fleck. So ein grauer Fleck. Da will ich hin. Ich hoffe, wir finden dieses verdammte Eis, ey. Ja. Mir geht auch langsam das Wasser aus. Es ist keine zwei Trinkbeutel mitgenommen. Nein. Die Scheiße. Die Scheiße, ey. Es ist auch nur Stein. Es ist ja Rante Garte. Rante Garte. Rante Garte. Rante Garte. Warte mal, da hinten. Da oben. Das sieht echt alles sehr imposant aus hier. Das ist eine Zitadelle oder was da hinten? Wo bist du schon wieder? Ja. Ich denke, es ist eine Zitadelle. Ich denke, es sind Verletzformationen. Natürlich geformte Zitadelle. Ist das da diese Bergformation so schön im Grünland in der Wüste? Sind da Spalten drin, wo wir durchgekommen, oder nicht? Ja. Höhlen sind da so unten drunter. Da sind richtig schöne Spalten. Haha. Kannst du gerne durchgehen, ja. Ja. Aber nur mit dir. Oh, ne. Ich werde von Steinbock angegriffen hier. Haha. Richtig genug. Ja. Peter schickt uns so einen Hassbrief, Alter. Ja. Lass die Hasen in Frieden. Guck nicht mal hin. Ich muss die Hasen töten. Es verdient. Muss die Hasen töten. Die Hasen es verdient. Kletter-Wikinger. Richtig. Wikingerisch. So. Da oben wohnen die Dinger. Die Typen, die uns aus Schauten beibringen können. Wie hießen die nochmal bei Skyrim? Ach, die Gefährten. Ne, nicht die Gefährten. Nein, die da oben auf diesem scheiß Berg. Ja, warte mal. Wie hießen die? Ah. Verdammt. Die hat so ein ganz... Die Grau. Nein, nein, nein. Nicht, oder? Die Graubärte. Die Graubärte. Ja, richtig. Ich glaube, ein Panther ist die Partei. Nein, nein. Wir laufen echt. Nördlicher geht es kaum. Schwarzes Eis. Was kommt davon? Das ist ein bisschen schwarzes Eis, oder? Nein, das ist ein Stein. Wenn ich ein schwarzes Eis vorkomme, würde ich mich genau so tarnen. So schwarz im Eis. Das sind ganz normale Steine. Und hier ist Eisen. Ja. Ja, jetzt habe ich Eisen bekommen. Hier sollten wir uns aufbauen. Kein Holz. Kein, gar nichts. Kein Holz. Nur Stein und Eisen, Alter. Da oben. Schwarzes Eis. Hä? Ich habe es gefunden. Was? Wieso? Das ist ein riesiges schwarzes Nashorn. Das ist ein riesiges schwarzes Nashorn. Alter, wir haben gerade gegen verfügte Dämonen gekämpft. Wir haben genug Köpfe von ihm, um unsere ganzen Wände zu spezifizieren. Ja. Dein Nashorn bashen wir mit einem Schlag weg. Ja. Höchstwahrscheinlich, ne? Das sind Elefantenböse. Das sind keine Elefantenböse. Das sind Mammuts. Eigentlich sind es Mastodons eher. Nee, das ist eher. Ja, das ist eher. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, ja. Oh, oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ja. Ich bin gerade nur abgerutschbar. Ja. So, wir können das auch mit den Eispicken gut abbauen. Ich habe meine Stahlpicke nicht dabei. Eis. Schwarzes Eis. 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 Ich krieg nur Eis. Ich krieg nur Eis. Echt jetzt? Ist da eine Pikachu dabei? Ja. Ich habe die gehärtete Stahlpicke, die wir mal gefunden haben. Okay. Also ich habe einmal schwarzes Eis bekommen. Vielleicht kann man das Eis einfach schwarz färben. Dann brauche ich das ja nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, wozu wir das Eis sonst brauchen. Gefrorenes Wasser. Really? Oh Gott, ich warte nicht. Eis. Info. Es gibt keine Eis-Info. Okay. Eis keine Info? Doch hier. Für gewöhnliches Eis nur im kalten Norden auf den Höhen. höchsten Bergen. Oder während des Winters zu finden. Für die Menschen des hyborischen Zeitalters ist Eis ein seltener Luxus. Geschmackloses Eis. Geschmackloses Eis. Geschmackloses Eis. Die lange Reise überdauern und ihre geringe, was? Ah, gierigen Zungen zu erreichen. Wir laufen da links weiter. Zumindest ein bisschen schwarzes Eis. Wir brauchen das nur für die Rüstung. Alter, wenn wir... Nein, wir brauchen das nur für die Rüstung. Wir brauchen das nur für die Kühltruhen. Ach, darf er auch? Naja. Oder brauchen wir dafür nur normales Eis? Ne, warte mal, schon mal kurz. Ich glaube, dafür braucht man auch schwarzes Eis. Schwarzes Eis, woran wir dafür... So, da kann man natürlich drunter laufen, glaube ich. Deine, wenn du Eisen brauchst. Wir haben, glaub... Wir haben, glaub... Über tausend, tausend, tausend Eisenbahnen. Also... Ja, schön. Wir haben sogar ein paar hundert Stahlbahnen, mittlerweile, ne? Ja, und mehr sogar. 200, glaub ich. Ich bin schon auf... Ich bin schon auf dem Weg zum Schnorren, keine Angst. Naja. Wir haben aber alle Kisten abgeschlossen. Naja, ja. Die sind leichter, aufs meiste du denkst. Naja. Alter, als ob ich hier nicht hochlaufen kann, einfach. Ja, sag ich doch. Oh Gott. Nein! Mach keinen Scheiß, Mann, hier. Oh Gott. Oh oh. Oh nein. Es ist so dumm, was wir hier machen, Jo. Das ist so scheiße dumm. Ich bin tot. Ich bin... Oh, ich hab's geschafft! Alter! Ja. Ich bin auf so nen Mini-Zipfel gelandet noch. Ist ja nice. Okay, wir dürfen nicht sprinten. Weil, falls wir abrutschen wird, dann kann der Ausdauer haben wir richtig gelitten. Fuuuck! Richtig hier leben am Limit, Alter. Vertical Limit hier. Das ist neu im Kino. Das ist so in der Kone-Exiles-Variante. Ich fähr so nen richtiger Huche so, wenn ich jetzt mit nen Bogen auf die Schiefe würde. Boah, ich hab mich grad noch so vom Boden abgefangen. Sehr gut. Okay. Zack, wieder Katze. Ich glaub da unten weiter, weil da oben gibt's eh nix. Doch, hier ist übel viel Eisen drin. Wir brauchen Eis, kein Eisen. Das ist echt so. Ich hab aber echt das Gefühl, dass... Weißt du, ich will da hinten zu diesem... Wir sind fast an diesem Krater dran schon. Ja, ja, ja. Frag jetzt irgendwie, wie wir dann da runter kommen. Oh Gott, wenn's da keinen Durchgang gibt. Scheiße. Jetzt will wir da hochkommen. Da ist Eis! Schwarzes Eis! Ich probier's auch nochmal. Eis, 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 Eis. Ganz viel Eis hab ich hier. Ich glaub, wenn ich was trinke, dann extremly cold ist mir. Ja, ist auch verdammt kaltes Trinken hier. Ah ja, klar, wir sollten das Feuerwasser trinken. Mhm. Hab ich jetzt aber nicht dabei. Haha, ist auch nicht. Erfrierung jetzt nur. Oh mein Gott, ich bin auch jetzt... Ich bin schon im dritten Ding. Von dem blauen. Ich bin jetzt im vierten. Und ich sterbe langsam. Ist nicht gut. Nein, das ist echt nicht so gut. Und hier geht's nicht weiter, ne? Und wir haben einfach mal nichts zum Feuer machen. Scheiße. Oh nein. Was braucht man denn für ein Feuer? Für ein Lagerfeuer? Stöcke, ne? Ich bin nur noch extremly cold. Egal, wenn ich mich da nicht ran stelle mit mir wärmer. Ohne Witzel. Ah! Du Wichser. Very cold. Very hot. Das tut weh, hör auf. Ich krieg Schaden, du Wichser. Ja, das geht doch... Ach, das kann doch gar nicht sein, Mann. Natürlich, das kriegt doch Schaden. Nein. Doch, das wärmt uns nur. Ja, ich krieg aber Schaden, wenn du mir irgendeine Fresse hältst. Das kann doch gar nicht sein. Siehst du? Warum hab ich dann Schaden grad bekommen? Na, weil du immer noch so am Einfrieren warst, du Dummkopf. Nein, eben nicht. Ich hab grad richtig viel Schaden bekommen. Hier oben haben wir Schaden bekommen. Okay, komm jetzt. Komm, wir gehen da hinten hin. Wir müssen hier jetzt runter. Nein, komm mit, ich hab nen Weg gefunden. Wirst du mich eigentlich verarschen? Du willst noch tiefer da reingehen? Ach ne, da geht's gar nicht. Sag ja, das geht gar nicht. Wir müssen runter. Wir müssen hier echt schnell weg. Verdammte Scheiße. Weil theoretisch haben wir ja so ein bisschen was von dem, wieso wir hergekommen sind, aber... Es reicht halt nicht. Oh mein Gott. Wir kommen hier nie runter. Wir kommen hier niemals runter. Nein. Das ist Sparta! Ja, wofsch! Wie liegst du so beim Daniel in der Wüste, deine Leiche? Hier geht's aber, glaub ich, echt gut. Guck mal. Ja, ja, hier geht's ja runter. Ich sag, wie wir rennen, dürfte uns ja eigentlich auch warm werden, ne? Ne, der Theorie zumindest. Du hast einen Pfeil in der Hand. Ja, ich hab immer einen Pfeil. Wo ist das, Mann? Was zur Hölle? Keine Ahnung, da kommt mir irgendwas. Extremely cold. Irgend so ein komisches Viech. Extremely cold. Bei mir ist es nur cold. Ah, jetzt wird's auf West besser wieder. Es ist very cold. Sind wir hier weiter auch deshalb? Müssen wir irgendwann an den Eingang von diesem Talkessel kommen? Wer wird da überhaupt reinkommen? Bestimmt. So. Da vorne ist, glaub ich, wieder Eis, oder? Felssturzschlucht. Mhm. Wir werden erkunden bis in die Umgebung. Hey, cool, das ist tot. Ah, ich weiß, was er gesehen hat. Du hast so einen Stein, so einen Steinviech gesehen, bestimmt. Genau. Ah. Das ist aber anderes Eis hier. Ah, jetzt hab ich auch schwarzes Eis bekommen. Siehste. Zufall, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Oder man braucht halt mindestens noch eine Hürde Pickaxe, um das gleiche zu bekommen. Oder so eine Ümir-Axt, keine Ahnung. Hä, ich hab doch so eine, ich hab doch die höchste, glaub ich. Also eine, bevor du die Dinger machen kannst, die... Ja, wie heißt's? Die, diese, diese Combo-Axt, die ich vorher, die ich auch schon hatte. So eine, eine kurz bevor hab ich ja... Ist ja aus gehärtetem Stahl. Die haben wir hier mal gefunden, ja. Ja, richtig. Die hab ich ja mitgenommen. So. Äh, ich bin nicht mehr... Ah, Jungs, holt's mir ab. Ja, klar. Hast du Angst, hä? Wir müssen erstmal runterkommen von diesem scheiß Berg hier. Erstmal runterkommen. Gerade auf 180, weißt du. Ah, Alter. Beschießt er mich auch noch? Es ist kalt, beschießt er mich, alles scheißen. WTF? 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 Hä? Was sind das für riesen Türme? Yo! Yo, Bro! Guck dir, guck mal nach vorne. Ja, ja, ich seh's. Es ist Endgame-Content hier, Mann, Alter. Ja, Mann. Ich spiel bald durch, Daniel. Da unten sind Tiere. Was sind das? Was sind das? Das sind... Ja, ist nicht viel. Säbelzamtieger? Ja, zwei Säbelzamtieger. Ähm, ich glaube, wir gucken da die verschiedene Tiere an. Kann gut sein. Wo bist du? Wissen du? Ach, da bist du. Ja. Ja, das glaub ich schafft. Ja. Das ist ein Säbelzamtieger. Überall grün. Oh, schaut das geil aus. Ja. Kannst du mal so einmal pullen? Ja, ein, ja, ne? Ja. Aber wenn der stärker ist als so'n scheiß Wolf. Das sind so Wildschweine. Ist das nicht stark? Ja. Ja. Gerade für Low-Level-Lights. Alles da unten kann dich töten. Alles, ja. Ist wie in Australien. Ist das aber ein Hase? Ein Hase ist auch extrem. Ja, moin. Was mache ich jetzt? Dass das Stengen zur Mitfahrt geht. Ich bin fast tot. Ich bin jetzt zweimal getroffen. Ach, Alter. Ich hab' dich getroffen. Er ist tot. Nehmen wir ihn auch so. Nehmen wir ihn ganz ganz. Ein echt Siebelzamtieger. Ja. Ne, ist das Verdaube. Aber ich glaub' ich, das bringt uns hier, glaub' ich, wir sollten mal zurück. Wir haben ja ein bisschen schwarzes Eis jetzt. Ja komm, wenn wir schon mal hier sind, dann laufen wir uns zu diesen Türen. Ja, wenn wir schon mal hier sind, machen wir jetzt so lange weiter, bis wir sterben. Und dann haben wir wieder gar nichts mehr. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Das wird niemals passieren. Nein, ich hab' nicht mal mehr was zu trinken, ey. Ich hab' doch noch einen Trinkschlauch. Oh, 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 oh. Ich nehme ihn aber nicht in den Mund. Ah, wie zau. Außerdem sind wir auch noch halb am elektrieren die ganze Zeit. Ich werde auch schon Energie. Das sind Menschen. Das sind Menschen. Toll. Die sind bestimmt schwach. Ich pohle mal einen. Extremely cold Oh, ich bin an einem Hans-Pfosten schon vorbeigrennt Oh, ich glaub, der ist untot Untot Rein nochmal hinten Die Hütte ist eure, oder was? Ja Komm wieder rein Hä? Bist du da drin? Nee Kann man ja nicht mal looten, die Typen Hm Okay, ich bin Ich bin echt extremely cold und so, Mann Komm, mach doch die Fackel an Oder komm, das aneinander stellen Körperwärme Jetzt bin ich herin Ja, jetzt kannst du dir erstmal Eine Matte bauen Oder ein Bett Oh, irgendwas randaliert da draußen Oh, Mann Die Idee ist wahrscheinlich Eisspitzenkluft Da, guck mal da oben, ich geh zu hoch zum Grate So, mal wagen oder verzagen Also, ich würd' ja echt sagen Ähm Ich kann ja zwei Wir haben jetzt, ich weiß Oh, ich muss die Rezepte angucken Äh Für dieses verbesserte Feldzeug Weil dann wär uns zumindest nicht mehr kalt Also, mir ist nicht kalt Ach, denn Wieso kann man denn da nicht anschauen, wie viel schwarzes Eis es braucht Ich weiß nicht, es ist halt Da hinten ist nochmal noch mehr schwarzes Eis Wo bist denn du? Ich bin da hochgelaufen Oder kommst du nicht gescheit hoch? Ey, der Fall schalten Boah, wie ein nicer Shit da drinnen ist Cool Hä, wo denn? Ich glaube, es ist deine Hütte Wir haben nur eine Wir haben nur eine Und eine, eine Blockhütte Ah, okay Ein Hochhaus haben wir gebaut Guck mal, da ist Holz Oh, ha Und du weißt, was das heißt? Basis Nördlicher Außenbosten wird errichtet Wird gebaut Gebaut Ja, Mann, geil Geil, ach, Holz ist so geil Mach mal ein Feuerchen her Rüden fangst zu lang Aber Feuerchen her Mit dir meld ich das Feuerchen her Ich kann es mal nicht machen, wenn es mir dann zu mir ein Scheiter wird Vier Stück Oh, Äste, Holz, alles geil Geil Richtig geil, Mann Oh, Harz sogar Warte mal Diese, diese Diese äußerst harten Diese krassen Wände Verstärktes Holzfundament Das ist das mit dem Harz Das ist doch auch schwarzes Eis Jedes Mal Willst du mich eigentlich verarschen? Ja Ja Ja, das, ich glaub halt Also ich weiß nicht, inwieweit unsere normalen Steinmauer uns warm halten können hier Ja Das stimmt schon Ich bin Level 46, Alter 14 Level noch, dann bin ich, bin ich high Bin ich high Bin ich high Exclusive, bin ich high Hmm Hi 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 Ja, ist auch wenn nicht hier, wo dann, ganz ehrlich Ja, komm, lass uns mal ein bisschen weiter kommen, wir können uns das ja hier merken Soll ich jetzt das Holz hier wieder wegschmeißen, oder was? Nein, das nimmst du einfach mit Ich bin überbelastet, Boy Werf irgendwas Unnötiges weg Du hast bestimmt übel viel Eis dabei Also jetzt nicht so schwarzer Eis, aber zum Beispiel Ja, wir werfen einfach 200 Holz, 100 Holz weg So, okay Überblastet, überblastet ist schon Okay, so Ja, ja, dann merken wir uns die Stelle, wir wissen hier, wo es ist Bist du weiter runter gelaufen, oder weiter hoch? Ich bin weiter runter Also eigentlich nur der, 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 der Felswand da entlang Hier ist überall Holz, das ist voll geil Noch mal mehr so Untote Das ist nicht so lustig, mich von denen anzulegen Aber das schaut doch viel cooler aus als Jaja, ne? Also man ist ja nur die Füße Meist aber was anderes ist Ja Und so gewöhnt an die verdammten Füße Ja überall überall, man fühlt sich als Mittlereuropäer direkt heimisch Ja Da riesen Sklavenrat, so wie was eh überall hat Wie's in Österreich so üblich ist Ja, wie's in Österreich so üblich ist Ja, nein Hey, nur noch der ästirische Inzesten, Heller Was? Vom Fritze Was? Fritze Mach, mach der Fisch an? Hälfte Bleib ruhig, bleib ruhig, man Ein Viertel, ein Viertel Bleib ruhig runter vom Gas, aber Bleib ruhig, runter vom Gas, aber Bleib ruhig, runter, runter vom Gas, Bro Ja, wir müssen aber chillen hier ein bisschen, ne? Ja Was ist da los? Was ist da los? Pass auf, die Wölfe töten dich auch, ne? Aber da geht's hoch Achtung, Achtung Oh, und Untote Kommt ein Untote Der kommt Hast du den gepult? Ja, ne? Ja, ja Halt Ja, nicht mit deinem Chap-Page Du sticht doch durch den durch Alter, mach der Damage, yo Fuck Fuck Wow Renn Das ist kein Chap-Page, Mann Das ist ein Speer Ja, ein Speer, mein ich doch Oh Gott Lauf, 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 lauf Er ist tot Ist tot, er ist tot Na, ich hab das komische Geräusch gesagt, ne? Uhaaah Ach, scheiße, Wasser, Wasser gab's da keins, ne? M-nee Aber warte mal, ich hab ne Idee Ist das Eis ins Feuertun? Ja Aber zur Not, wenn du willst, hier hast du noch Eis Ich hab' kein Eis mehr Ich hab' auch kein Eis Ja ich hab' auch kein Eis Hier liegt doch neben den Trinkschnur Ich kühl's halt ab, wenn du's trinkst Zeit ist die U-Base und ich werde nicht so wir spielen haben gleich oder Nö, kann ich das mal behalten Jaaa, nice spawn-fun, meine Freunde Jaa Sollen wir hochlaufen? Natürlich Ich bin ab jetzt in eurem Okay Halt zurück! Oh! Der Schleiviner kommt aber nicht Oh, das war nur eine Fahne Ich glaube, ich habe ihn aus Ich habe ihn übrigens aus einem Stück für 2-Kennstück mitgenommen Ah! Ja, aber das vielleicht brauche ich denn während der Anreise Jaa, klar! Ich will schnell auf den Weg sein Du wolltest bestimmt so aufstellen, damit du abhauen kannst Jaa, klar! Damit die Tiere ihn fressen Jaa, klar! So kennt man ihn, muss er reichen Er muss sich ja für seinen Herrn opfern, sollst du? Jaa Jaa, klar! Jaa, klar! Ich bin da runtergefahren Ich bin da runtergefahren Hier steh' nichts Ich bin echt trotzdem überlegen, ob ich mal diese neue Nintendo Switch kaufen soll Was? 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 Valum! Was? Interessant, jaa Jaa Jaa, ich würde mich auch kaufen Kaufe erst mal einen Job Kaufe erst mal einen Job Ah! 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 Ich habe mir auch gesagt, ich würde es mir auch kaufen Jaa Alter! Jaa Das Geld hätte ich derzeit, also es wäre ja kein Problem nicht Jetzt hör auf anzugeben Und jetzt ist da ein Geburtstag auch noch, jetzt kommen die ganzen Omas und alles Und das ganze Geld Die ganzen Omas Hahahaha Alle drei zusammen Äh Alle drei zusammen Hahahaha Die schwarze Festung Was? Da kommt einer auf dich zu, Moe Ähm Ja, voll Gehen wir mal zur Zugflug des Bisterkönigs und reden näher mit dem Arsch Ja, was? Na? Das ist so geil Du warst eigentlich schon ganz im Norden bei diesem riesen Partner, der da ist Ja, da sind wir kurz davor Ja, da sind wir kurz davor Ja, da sind wir kurz davor Hahahaha Schießt du? Hahahaha Wir sind gleich angehalten Wir sind gleich angehalten Warte, wir sind gleich angehalten Ich hab doch hier wieder ein bisschen Hahahaha Hahahaha Um mal ihn zu synchronisieren Hahahaha Hahahaha Das ist richtig der Glück Das ist Kein Wunder bist du tot Jürgen Hahahaha 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 Ich finde das komisch, dass die gar nichts geben Ey LOL, was ist das hier? Ja, die ist auch passiert, die Leute steilen Das ist eigentlich irgendwie Story Hintergrund Scheiße oder sowas Naja, wir verabschieden uns auf jeden Fall aus dieser Folge, ne? Macht es gut, ciao, ciao!